In diesem Video geht es um Ritter und Burgen im Mittelalter. Ich erkläre dir, wie Ritter lebten, kämpften und ausgebildet wurden. Außerdem erhältste Informationen über die Bedeutung und den Niedergang des Rittertums. Im Mittelalter waren Ritterkrieger, die zu Pferd kämpften und einer strengen Verhaltensregel folgten, dem sogenannten Ritterkodex. Sie dienten einem Lehnsherren und schützten das Land und die Menschen. Ritter zu werden war ein langer Prozess, der oft schon in der Kindheit begann. Burgen waren die Heimat der Ritter. Diese massiven Steinbauten boten Schutz vor Feinden und waren oft auf Hügeln oder in der Nähe von Flüssen gebaut. Auf der Burg gab es verschiedene Räume wie den Rittersaal, die Kapelle und Wohnräume für die Familie. Ritter nutzten verschiedene Waffen wie Schwerter, Lanzen und Bögen. Sie trugen schwere Rüstungen, die sie vor Angriffen schützten. Der Schild war oft mit einem Wappen verziert, das die Zugehörigkeit zu einer Familie oder einem Lehnsherrn zeigte. Der Ritterkodex war eine Reihe von Regeln und Prinzipien, die das Verhalten der Ritter bestimmten. Sie sollten mutig, ehrlich und gerecht sein. Der Kodex legte auch fest, wie sich Ritter in Duellen und auf dem Schlachtfeld verhalten sollten. Jungen aus adeligen Familien begannen ihre Ausbildung oft schon mit sieben Jahren als Pagen. Später wurden sie Knappen und dienten einem erfahrenen Ritter. Mit etwa 21 Jahren konnten sie schließlich selbst zu Rittern geschlagen werden. Turniere waren wichtige Ereignisse, bei denen Ritter ihre Fähigkeiten zeigten. Es gab verschiedene Disziplinen wie Lanzenstechen oder Schwertkampf. Turniere waren auch gesellschaftliche Anlässe, bei denen man andere Ritter und Adelige treffen konnte. Auch wenn die Rolle der Frauen im Mittelalter oft eingeschränkt war, gab es doch einige, die als Ritterinnen bekannt waren. Sie kämpften in Schlachten oder verwalteten Burgen, wenn ihre Männer abwesend waren. Burgen hatten nicht nur militärische Bedeutung. Sie waren auch administrative Zentren, von denen aus das Land verwaltet wurde. Manchmal dienten sie auch als Gerichtsstätten oder als sichere Orte für Handelsaktivitäten. Mit dem Aufkommen von Feuerwaffen und stehenden Heeren im späten Mittelalter verlor das Rittertum an Bedeutung. Viele Burgen wurden verlassen oder zu Wohnsitzen umgebaut. Aber die Ideale des Ritterkodex leben in vielen Geschichten und Legenden weiter. Die Ideale des Ritterkodex leben in vielen Geschichten.